Musik So Leute, willkommen zurück zu Bioshock 2 Multiplayer Rap Folge 21 Ja, wir sind zurück, ich freu mich, ich hab jetzt sehr viel Bioshock Infinite Barrier at Sea aufgenommen Und ja, ich freu mich wieder mal das 2er zu spielen, denn das wird für mich einfach nie alt So, nur kurz hier mal, mich interessiert das einfach, was ich hier so freischalte Zeit zu frieren Benutze Winterblast, um ein Geschütz schneller zu hacken, was ist denn das für eine lächerliche Scheiße? Kindergarten, das hat man ja schon Ingenieur, hack 30 Geschütze in mehrere Matches verschiedener Arten, das ist ja auch Pipi Hack 30 Verkaufsautomaten, das ist auch Pipi Pipi Kaka So, was ist hier? Okay, Moment, Moment, mal kurz gucken hier Ja, Gewehr Habe ich da etwa, habe ich da etwa Ich hab das hier gar nicht Ich will aber kurz gucken, was ich da hab Ach ja, stimmt, Hack 30 Schütze, genau Da kriegen wir einfach so ein Sniper Visier, das ist nicht so sonderlich nützlich, weil man einfach im Bioshock kaum die Zielvorrichtung benutzt, aber okay Ich werde das Indie Soft benutzen Ähm Aber vielleicht verändere ich hier mal was Also die hier ist echt lang so ein bisschen Ausgelutscht, oder? Vielleicht Ich werde keinen Granatwerfer benutzen, vergesst es, nein, das mach ich nicht Höchstensball in einer Special-Folge oder so, oder in einer Rage-Folge, ich weiß nicht So viel variieren kann man hier natürlich nicht Die Aufsätze fehlen mir noch so ein bisschen Ich glaube, oder wohl Komm, sowas hatte ich noch nie So eine reine Fernkampfklasse, nur mit diesen beiden hier Einen Versuch ist es wert So, wie geht's dir? Alles klar, okay Du bist fit, du bist heiß Ich auch, okay Dann los geht's mit Zufall Mal schauen, vielleicht muss ich gar nicht schneiden Das wäre doch toll Wenn ich nicht schneiden müsste, wäre das super Ich tue es einfach, bis gleich So Leute, wir spielen Free for All Auf Harmers Market Okay, dann würde ich sagen Probieren wir das hier doch mal aus Wow, Legs, scheiße Und ich hab Winterblast und Sprint hier Oh Gott, kein Electroboard Oh, oh, der Daddy Der Daddy ist fast tot Komm her, mein Großer, komm schon Wah Okay Ich glaube, da ist jemand in dem Schacht da Ich will nur mal kurz gucken Ach du Scheiße Fies Bomb 18, 19, 2 Wow Der Siko, na Gott Okay Na dann, zeigt mal, was ihr drauf habt Ihr Spacken Ich kann Fässer zerstören Fässer Fässer stripen Au Au, 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 au Ich wusste es Verdammtes Geschütz So, Adam am Pool So viele Optimus Alles klar Da kann ich noch einen Bitch Und ich krieg Die härtesten Framedrops Alter Geht Zeiten und Zeiten Na los Kommt doch her Hoa Folter nehmen Okay, gut, gut, gut Keine Angst Die Skillschutz Die kommen später Die kommen erst im weiteren Verlauf Ich glaube, es ist keine gute Idee Hier raus zu gehen Aber ich mach's einfach Ja, ja Ich hab die Quietscherschuhe Hi Komm hier Ich punch dich weg Aua Fuck Ah Nein Was, wie Ich dachte Den hab ich grad getötet Hä Irgendwie dachte ich grad Ich hätte den Namen hier gesehen Und hab ihn getötet Okay Ich hab's mir wohl eingebildet Egal Fünfter Platz Und das ist doch wirklich richtig gut Dafür, dass ich jetzt so spät reingekommen bin Naja Also Naja Es geht schon Naja Okay Ist ganz okay Ja Okay Na, was wollt ihr alle eigentlich Oder ich hab nur das Level hier gesehen Und hab die verwechselt Weil die genau das gleiche Symbol haben Hm Kann natürlich alles möglich sein The Cisco Lauren Lee Nargoth Blade Ah How to switch to Team Die M Was die M Was meinst du Hm Keine Ahnung Ich glaub ich schneid jetzt einfach Bis gleich Ach so Team die M heißt Team Deathmatch Ach so Ach so Diese Fachsprache immer Und ähm Die hatten eh nichts interessantes zu sagen Also ihr habt nichts verpasst Ich Werde Nicht Untergehen Ja Zeit zu frieren Das war das schwerste aller Zeiten Ha Nein Nein Kiss Stil Der soll der Sprint einsetzen Au Der hat weh getan Richtig ins Maul rein Ja Das muss in Zukunft verhindert werden Scheiße Das hätte gut anfangen können Aber nein Über der Kiss Stil Komm Zeit zu frieren Schaff ich gleich nochmal Wow Nein Ah Blade Er kopiert mich Er hat auch Winterblast ein Jagdgewehr Wow Ich bin der Schlechteste Na also Und du findest auch immer wieder ein Fass Oder Du findest auch immer wieder eins Ha Weiß auch woher Weil ich sie nicht absnipe Deswegen findest du immer welche Wow Pack die Scheiße Du mentalistische Scheiße Ja das Wort gibt es Wow Cool Nein Pua Bitch Bitch please Na Was geht ab du Schlampe Uh Wer braucht schon Headshots Wenn man Aim hat Niemand Niemand Uh Ja was seh ich denn da Meine müden Und blutunterlaufenden Augen Eine Demampule Und Da ist auch noch eins So viel von dieser Scheiße immer Was geht denn da ab Na komm schon Komm durch Komm durch Komm schon Trau dich Los Ich hab doch nicht ewig Zeit Vielleicht da durch In den Rücken Bam In den Wands In den Arsch Da haben wir die Killwitches Juhu Will ich auch gemeint haben Gib sie her Nein Hat nicht weh getan Nein Au Da ist der Skillfail Waa Waa Nein Alter Alter Von allen Seiten Pastlich tot Ja das war's wert Das war's Vollkommen wert Oder Mann bin ich gut Ho ho Oh wer ist jetzt erst da Naja gut nicht ganz Aber Hab Aber Ich warhetzt am Anfang Und nun Meine Freunde Waa No Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ha 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 Das Schläger Das bin ich Ho Brr 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 Berhr Berruh dich Wir haben gewonnen, Kumpel. Oh, da ist sie ja. Wieder? Sollen das Headshot-Tubes werden, oder was? Ich punch dich weg. Ja, aus nächster Nähe. Na also. Gegen den Puncher aus nächster Nähe hast du keine verdammte Chance. Du Fick-Ess-Schnitzel, du. Hilfst du dich zum zusammenreißen? Moment. Ich bin auch noch da. Fies Bombe. Oh, er lässt einfach die Edelman-Pullen biegen. Was für ein ignorantes Arschloch. Das würde ich nie tun. Nee. Oh, scheiße. Erster Schuss. Erster. Dein Geist ist so banal. Musst du jetzt unbedingt nachladen. Holy moly. Nein. Ich bin zu schlecht. Ach, du scheiße. Ich bin für diese diese Edelman-Waffen einfach zu schlecht. Ich wechsle jetzt. Probier's mit Nailgun. Oh, der hat auch wehgetan. Aber ist auch ein Schlag von dem Daddy. Nein. Geh doch nicht weg. Obwohl, wenn ich mir so recht überlege, geht doch weg. Du bist ein Daddy. Und ich nur ein einfacher Splice-Serie. Fuck off. If you're too big-ning-ning. IGN? Was? Wer supportet hier IGN? Wuhu. Hinter mir? Vor mir? Ich höre nichts. Wegen dieser Nailgun. Die ist so laut. Und verrät einen immer. Oh, shitty. Shitty Puppidi. Das möchte ich jetzt aber nicht. Wuhu. Oh, nee. Oh, das ist der. Oh, my God. Ups, 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 Ups. There you'll stand a chance. Against the Nailgun of Doom. Ach so. Yeah. Nicht reicht's einfach. Oh, was geht ihm da? Na, super. Die Automaten klauen mir die Killediz. Ey, ernsthaft? Was ist mit dir los? Alter. Nee. Beräug dich wir haben gewonnen Hör auf wir haben gewonnen Reg dich auf ey. Ja ja kann ich viel besser mit Bienen gekillt Komm runter da der Cisco hacken ist verboten Das wird fast mein erster long range Rapid fire gun kill oh mein gott Ah was ein headshot willst du mich verarschen das gibt's doch nicht Hallo bei meinem abhaltigen skill warum bin ich da nicht erster ich bin dritter unakzeptabel Okay Kein thema Alles drin habe das gefühlt da will gerade jemand hacken Hallo Hallo was hat das denn No Haha Skitty gameplay Skitty gameplay Hilfe Aha Nein Negan versus MG Negan gewinnt Mein negan einfach Pwnages Cool ich habe mir selbst eine volle gelegt Kein Problem Oh wer ist denn da Hier versteckt sich wohl jemand Hey Okay Geister Ich höre euch doch Nimm mal einer die Pfade da weg So da ist sie besser Diese Negan ist so laut Geht Geht der die Anzug Wuhu Hallo Tio So BGS Passt das einfach nicht drauf So ich geh jetzt einfach da durch Na klasse Welcher Platz Ah sehr weit hinten das ist gut Das ist gut Wuhu Schnauze Komm zu Papa Oh ich hab hier Tempo Ecker Sag mir das doch einer zur Hölle Ach egal Immerhin zweiten Platz gemacht Naja was soll man sagen Okay ich schau mal ob ich einen anderen Matchtyp finde Ansonsten müssen wir wohl hier weiterspielen Also bis gleich Okay Leute das einzige was es sonst noch gab war Bürgerkrieg und ähm Ja also ich weiß Bürgerkrieg sieht man wirklich sehr häufig Deswegen will ich danach wieder zu FIFA All gehen Weil das einfach Naja das ist Hat auch keinen Reiz mehr Bürgerkrieg Ich mein Das sieht man ja schon 10 Jahre lang von mir Sooo Warum hörst du auf zu brennen? Du sollst weiter brennen Ach deswegen Pussy Bleib Was soll das? Renn mich weg Ja brenne dir Schweine Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Rette mich Ich brauch Eve Du Arsch Wegen dir Wegen dir hab ich gegen diesen Scheiß Tüber verloren Wisst ihr das hätte ich mir Eve geholt Hätte Sprint eingesetzt und das wärs Aber nein Sie hat es ja viel dringender gebraucht Klar Alter Bist du mich verarschen? Nein Gut gemacht Luis Me DJ Payne Oder wie du dich auch nennen tun mögest Hack das Gut gemacht Entschärf das Ebenso gut gemacht Was? 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 Zur Hölle Und was machst du da? Hallo? Ich will mich dich angucken Ach scheiße Ach scheiße Ja what the fuck Ja Kann ich auch grad sagen Hallo? So entschärft man einen Verkaufsautomaten So und nicht anders Was soll denn das? Was soll denn das? Was ist da los? Was? Hallo? Was geht mit dir ab? Ja Genau Hier Oh Stimmt irgendwas nicht mit dir? Offensichtlich oder? Ich geh jetzt Oder mit mir stimmt wieder was nicht Oh Finde ich gut Ach nein Jetzt weckt es wieder Geht's wieder? Danke Nein geht nicht Scheiße Es fing doch so gut an Es fing so gut an Was soll das dann? Alter Ja Du spürst mein Neid mein Freund Ja Ja macht das einen Spaß Ich hatte noch nie mehr Spaß in meinem Leben Ja Ja Es ist so ein schönes Gefühl nicht durch Türen gehen zu können Ist das schön Ein ganz neues Erlebnis Aha Oh da hab ich mal nicht bekommen das ich vor 5 Minuten eingesammelt habe Haus Sucks Ach was du nicht sagst Wisst ihr was? Ich verlasse jetzt sofort Das tue ich mir jetzt erst gar nicht erst an Könnt ihr vergessen Ich komme zurück zu euch Leute Ich hoffe ihr nehmt mich auf Na also geht doch Welcome home! Danke! Das passt sogar richtig diesmal So hier brauche ich Fernkampfwaffen oder zumindest keine pure Naka-Waffe so wie die hier Also nehme ich wohl mal wieder die hier meine Ultraskeller-Klasse mit der ich Ultraskellen kann nicht Aber ich kann etwa am Polen von Closet einsammeln Hallo! Erschot! Skill! Schot! Au! Ta! Wie hat der mich getroffen? Unfassbar! Unfassbar! Aber okay! Da hinten sind grad zwei Schadensboni für mich umgekippt die ich mir jetzt erstmal gönnen werde Gönn dir und gönn dir Das muss wohl einfach wie dich gehen Hui! Ah gut ich hab hier Sprint Wollte ich nur überprüfen Leute! Oh mein Gott! 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 Du kommst nicht hinter mich! Ich lauf einfach weiter! Ha! Ha! Ah man! Scheiß geschützt! Ja! Alter! Okay! Das war natürlich jetzt das... Das kann man alles... Ja! Und das auch noch! Ey! Ich hätte ein Big Daddy bekommen! Scheiße! Und ich werde dich töten! Na! Bester Spoiler aller Zeiten! Danke Spiel! Erst der Kiste durchs Geschütz! Und dann auch noch sowas! Fast in die Fresse! Na toll! Alter! Scheiß Hordini! Aua! Nicht mich! Ich kann nichts dafür! Ja! Ist klar! Oh! Reflexe Baby! Nein! Nein! Alter! Was soll denn das? Hier! Oh! Etwas hiervon! Der kommt aber nicht hier hoch! Da! 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 Du Behinderter-Mentalist! Sovas musst du doch vor aussehen! Na! Wenn ich das schon nicht kann muss du es für mich übernehmen! Jui! Oh! Das sah aus als hätte ich irgendwas... Einige! Netter Sportspiel! Ich liebe dich auch! Whoachooh Oh Nicolas! Rampage! Oh Baby Ich wollte mich schon wieder beschweren! Aber, nein... Vergiss mal! Ich bin vollständlich zufrieden! Geiler Spawn-Spiel, geiler Spawn Kann mich nicht beschweren Huia Ausgeschaut Huia, da ist der Kill So machen Skitter ihre Kills So und nicht anders Hallo, hast du Probleme? Willst du unbedingt mich töten oder was? Alter Ja genau, brenne Spacko Hui Ich wollte eigentlich sprinten, aber ist auch gut Aua War es vollkommen wert, ich habe ihm mehr als genug Schaden gemacht Er hat es aber auf mich abgesehen oder was? Ich springe mir da hinterher wie so ein Geier Zeig mir mal den springenden Geier Der gewinnt doch eh wieder Der lebt noch Jetzt nicht mehr Der Käpper gut Du brauchst gar nicht so große Reden zu schwingen Wir verlieren sowieso Aber mit Stolz Komm, den Daddy will ich noch töten Das wäre echt Das wäre echt alles, was ich will Oh mein Gott Hier Ups Hallo, den nehme ich mal Dankeschön Punch ihn doch endlich Punch ihn Dankeschön Wow Mit so wenig Leben Überleben Ich dachte, ich habe gerade den Daddy gesehen Die Käpp von Shankrida Blablabla So, hier ist doch einer Oder? Ah Nein, 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 nein Das ist echt die Puncher-Folge Hier punch ich einfach alle tot Wir haben keine Schnitte gegen mich Einfach alle tot punchen Punch sie alle tot Ich höre die Quietscherschuhe Und sie sind rot Schätze ich Bin ich mir nicht sicher Ich höre die Tubes Ich hasse sie Ich hasse die Tubes Ich verachte sie Tubes sind scheiße Scheiße Tubes sind scheiße Was ist das zur Hölle? Das ist die hässlichste Skizze Die ich je gesehen habe Ich höre dauernd Schritte Und ich weiß nicht woher Ist doch eigentlich nicht so schwer Oh mein Gott Ist doch voll Idioten Stach da Baunitsch Ah No Kommen wir doch hinterher Wo bist du? Zeig dich Du Wussy Fuck Nein So aber nicht Man klopft an Bevor man reinkommt Wussy Wow Er Er That's what I'm talking about No So geht das hier nicht Mein Freund Jetzt habe ich sie an den Eiern An den Eiern Sagte ich Ja Das sind die Eier Baby Fuck off you cheat Cheat Nennst du mich? Ich bin kein Cheat Wenn dann bin ich ein Cheater Das war voll daneben Aua Die sind Tubes Versteck mich einfach Nein Headshot Da muss der Headshot kommen Headshot Nein das war doch ein Headshot Oh sie hat nachgeladen Das ist ja herz aller Liebst Komm punchy 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 Ja Vollkommen Vollkommen okay Da war der Kill noch Der Part hat auch ein bisschen Überlänge Aber Macht nichts Also Fiesbomb Ich will ja nichts sagen Aber langsam wird es hier ein bisschen bedrohlich So Oh scheiße Wo kam das denn her? Hallo Alter Woher Verarschen Da hinten irgendwo Nein Na da soll ich noch gewinnen oder was? Hui Spaß Headshot Headshot Gib mir den Headshot Nein Daddy 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 Tja jetzt haben wir verloren Aber okay Wisst ihr Hätte er den Daddy nicht gehabt Also echt Der kann nur mit Daddy gewinnen Oder was? Siehst du auch so oder? Ja finde ich auch Ja So ich rechne aber damit Dass wir ein neues Level erreichen Oder? 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 Ja Und danach beende ich den Part Also sehen wir uns das doch noch kurz an Kurz ansehen Kurz ansehen Kurz ansehen Dankeschön Gratulation Power Attacke Okay Damit kann ich sowas von überhaupt nicht umgehen Das ist ja super Also Leute Ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dahin Ciao Ciao Tschau Tschau Vielen Dank.